Herzlich Willkommen zu einem neuen Video aus Drovener Sand im Jahr 2020. Wir besuchen diesen kleinen Familienpark und schauen uns gemeinsam an, was dieser alles zu bieten hat. In der Nähe des Eingangs befindet sich Dumbo, ein kleines, lustiges Karussell für die ganze Familie, der in Elefanten durch die Luft fliegen könnte. Und gleich nebenan findet ihr Dierenmolen, ein schönes Karussell komplett aus Holz mit Tiermotiven. Einen ersten Eindruck vom Park verschafft man sich am besten mit der Parkeisenbahn. Auch eine Oldtimerbahn von Metallbau Emeln steht in Drovener Sand und fährt hier durch eine schöne Gartenanlage. Werder Sand im Jahr 2020 Und Lernen und Fertig Deiníten Dein Calderberg Einen Dein Drovener Sand bietet euch noch so viel mehr familienfreundliche Fahrgeschäfte und Spielplätze. Jetzt kommen wir erstmal zu den aufregenden Fahrten. Da hätten wir zum einen die Schiffschaukel vom Metallbau Emmeln. Hier ist Bauchkribbeln garantiert. Die Achterbahn Dschungel. Frei nach dem Motto Count is Count. Auch wenn es weh tut. Der Accelerate von KMG. Ein ultraschnelles Karussell mit bis zu 4G Beschleunigung. Ultraschnell, ultradrückend. Übrigens war diese Anlage vorher unter dem Schausteller Otten in den Niederlanden auf den Kirmesplätzen unterwegs. Ebenfalls vorher auf der Reise war der Parajump. Ebenfalls von KMG und ebenfalls von Otten betrieben. Steht er jetzt hier in Droveners Hand und stellt die Fahrgäste auf den Kopf. Das sieht von außen echt gemütlicher aus, als es eigentlich ist. Also einsteigen. Ja, auch noch ein Fahrgeschäft von KMG bietet euch Droveners Hand. Und zwar den Freak Out, der hier ausschlicht Freak Out heißt. Eine Suspended Schaukel. Den Hus Breakdance des Parks konnten wir leider nicht testen, da dieser wegen einem Defekt außer Betrieb war. Ich hoffe, euch hat meine kleine Rundreise durch Droveners Hand gefallen. Vielleicht kannte der ein oder andere diesen kleinen niederländischen Freizeitpark noch gar nicht und ist viel überrascht, was hier alles geboten wird. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und schönen Abend. Oder wie auch immer einen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis bald auf diesem Kanal. Eines habe ich ja noch ganz vergessen. Das Essen ist im günstigen Eintrittspreis übrigens schon inklusive. Inklusive Soft Ice, Trinken, Kaffee, Tee und was sonst noch alles so gibt hier. Bis bald und bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Über ein Abo, über ein Like oder über die Aktivierung der Glocke würde ich mich freuen. Auf Wiedersehen Freunde.